Jo Leute, was geht ab? Ich bin Simon wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung, ein legendäres Herausforderung und zwar sammle verschiedene I.O. Tech-Waffen auf 3 Stück 30.000 XP. Am besten ich spiel den Grumkeim-Modus. Hier, den Grumkeim-Modus. Ich würde auch sagen, wir sind gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. 3 Stück und zwar verschiedene. Und ja, der beste Ort ist dafür, Corny-Komplex. In diesem Haus, denn in diesem Haus gibt es viele Kisten. In diesen Kisten werden wir locker die Haussagen eine Runde abschließen, Leute. Und ja, wir bauen uns schnell nach oben. Hier einmal zack. Hier, das ist diese Kiste hier. Öffnen. Hier ist schon mal die Sniper. Einmal aufheben. Dann zack. Hier sieht es oben. Hier oben. 1 von 3. Äh, normale Kiste. 5 Kiste. 5 Kiste. Aber gar nicht so. Äh, hier sollten noch mehr Kisten sein. Davon. Das ist nicht. Äh, unten sollten... Also es gibt's viele Kisten in diesem Haus. Also so 3 Stück. Das nehmen wir mal hier. Ja, oder? Guck mal, unten. Unten sind auf jeden Fall noch 2 oder 1. Hier ist noch eine auf jeden Fall. Fuck. Da drinne ist schon alles... Nein. Eine Sache noch. Äh, also Sturmgewehr. Äh, nehmt hier nicht mit. Aber Späh-Scanner. Fuck. 2 von 3. Das ist dieser Späh-Scanner. Ich zeig euch, wenn Gegner in eurer Nähe sind. Wenn ihr schießt. Schaut hier mal kurz meine Waffen. Ja. Zeigt euch auch, wo Kissen noch sind. Zum Beispiel hier ist so ein Gemüse-Maschino. Nein, da werde. Den könnten wir eigentlich... Wir brauchen auf jeden Fall noch die AR-Leute. Ja, Leute. Hier haben wir die Impulsgewehr, äh, gefunden. Also die Sturmgewehr. Also die AR. Äh, hier. So sieht sie aus. Äh, das ist unsere letzte, äh, Waffe für unsere... Eine Täschwaffe. Unsere Herausforderung. 3, 2, 1. Zack. Ja, wir haben jetzt alles, die ganze AR-Leute-Song eingesammelt. Ich hoffe, dass ihr euch geholfen habt gefallen. Lasst gerne einen Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gelockt, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde einfach sagen, ich war schon mit dem Video. Und tschau. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss, tschüss. Tschüss.